Hallo, Willkommen auf meinem Heimkino Zimmer Teil 4. Heute werden wir erstmal meine Bodenplatte gleich am Anfang nehmen. Der Paket, der müsste eigentlich in einigen Minuten kommen und an diesen Paketen sind wie gesagt meine Bodenplatten drin und die werden wir zeigen, dass wir mit den Bodenplatten nachher anfangen damit. Und dann würde ich einmal sagen, wir sehen uns einmal gleich unten, wenn der Paket jetzt gleich da ist und dann sehen wir nachher weiter. So, nun sind wir jetzt am Orten und wie gesagt, waren wir einmal auf dem Paketdienst und wie gesagt, das für einige Minuten noch dauert, bis es dann hier ist. So, hallo ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir im Paket angekommen und dann bitte ich einmal jetzt nach oben bringen und dann fangen wir auch nachher gleich an mit dem Verlegen. Hallo, nochmal, hier bin ich jetzt oben und habe jetzt alles soweit schon mal die Platten ausgepackt und hingelegt und wie man da sieht, jetzt passt alles wunderbar. Hinten kommt später noch eine Leistung ran. Und wie man da sieht, ist alles sieht gut aus. Bin zufrieden damit. So, ne. Dann brauche ich die dann noch eine, wie sich, muss ich mal sehen, ob ich die jetzt befestige oder erst später in der netten Bauphase. Aber ich denke mal, dass ich erstmal an der anderen Ecke da noch was machen werde. Und dann noch eine weitere Konstruktion. und unsere Konstruktion, wo die Heizung an der Ecke ist, wo die Heizung an der Ecke ist, da noch was mache. Ne. Und dann dann später alles dann zusammenbaue. Ich denke mal, dass ich mal da hinten machen werde weiter und dann sehen wir, wie das dann weiter aussieht. So, im nächsten Teil von Heimkino Teil 5 werde ich hier die Konstruktion hinten an der Ecke, wo die Heizung ist, weiter machen. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, schließe ich mal ab für heute und dann sehen wir uns dann in der nächsten Teil von Heimkino Teil 5. Bis dahin sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.